Hallo, in diesem Video zeige ich euch ein einfaches Vocabeltrainer-Programm. Man sieht, hier sind einige Elemente nicht anwählbar bzw. nicht klickbar. Diese Elemente sind ausgeblendet. Bevor wir loslegen können, müssen wir hier eine Sprache wählen. Ich klicke hier drauf, wie ihr könnt sehen, einfach draufklicken. Dann geht hier eine Liste auf Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch und so weiter. Wählen wir mal Deutsch-Englisch. So, jetzt ist dieser Button eingeblendet. Ich kann jetzt da draufklicken. Bevor ich aber da draufklicke, möchte ich kurz nochmal erklären, was passieren wird. Also, wir haben jetzt Deutsch-Englisch gewählt. Deutsch steht hier links und rechts steht Englisch. Wir haben hier zwei Textboxen. Links haben wir eine Textbox, das ist einfach nur unsere Anzeige. Das heißt, ihr könnt sehen, das wird hier geblinkt. Das Ganze ist hier aber nur lesbar. Also, hier kann ich nicht reinschreiben. Hier wird nur ein Wort angezeigt. Also, später nach dem Starten. Und nach dem Starten kann ich dann aber auch hier reinschreiben. Also, das ist immer noch nicht angewählt. Hier passiert noch nichts. Aber später wird hier dann dieser Textbox schreibbar sein. Das heißt, wenn hier links ein Wort steht, muss ich das entsprechende Wort hier reinschreiben. Das ist ja... So werden dann halt die Vokabeln abgefragt. Also, die Wörter werden dann hier stehen, die deutschen Wörter. Denn hier links steht Deutsch. Und hier muss ich dann das entsprechende englische Wort eingeben. Ich kann das auch umgekehrt machen. Wenn ich jetzt Englisch-Deutsch nehme, habe ich links Englisch. Das heißt, hier wird dann ein englisches Wort stehen. Und hier muss ich dann das deutsche Wort, das entsprechende deutsche Wort, eingeben. Und das Ganze kann man auch mit den anderen Sprachen machen. Spanisch, Italienisch. Wählen wir mal jetzt Deutsch-Englisch. Start. So, jetzt ist hier ein Dialogfeld aufgegangen. Man kann hier jetzt Textdateien wählen. Bevor ich jetzt auf Öffnen klicke, gehe ich mal zu den Textdateien. Diese Textdateien sind bei mir hier in diesem Ordner. Also, hier ist der komplette Pfad. Ihr könnt diesen Pfad selbst bestimmen. Also, ihr könnt sagen, okay, die Textdateien sollen jetzt auf dem Desktop sein. Dann müsst ihr euch hier halt navigieren. Desktop und so weiter. Ja, diese Textdateien, die habe ich selbst geschrieben. Einfach rechtsklick. Dann hier Textdokument. Dann der Name ist auch unwichtig. Ich habe jetzt hier Englisch-Allgemein geschrieben. Hier sind jetzt allgemeine englische Wörter drin. Klicken wir mal drauf. Dann sehen wir diese, ja, lassen wir das mal so. Ja, diese englische Wörter sind hier eingetragen. Es ist wichtig, das Programm kann diese Textdateien nur Zeit für Zeit durchgehen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Wörter so untereinander stehen. So, Deutsch-Englisch, Deutsch-Englisch. Also, Deutsch-Englisch und so weiter. Und man kann hier diese Liste noch weiter mit Vokabeln füllen. Also, ich könnte da noch Boy, Junge Boy, Boy nehmen und so weiter. Das alles ist möglich. Natürlich sollte man die Vokabeln nehmen, die man auch lernen möchte. Sprich, wenn man irgendeinen Test hat, Vokabeltest, dann sollte man die Vokabeln eintragen, die man lernen möchte. Ich habe hier noch diese anderen Textdateien, Essen, Sport. Ja, da stehen jetzt allgemein Wörter drin, die was mit Essen zu tun haben und mit Sport. Ihr könnt da noch andere Kategorien wählen, also Reise, Urlaub, Tiere, Liebe und was auch immer. Und das Ganze auch mit den anderen Sprachen, Italienisch, Spanisch und so weiter. So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal jetzt. Also, gehen wir mal zurück. Also, hier nochmal, Deutsch-Englisch, Start. Und jetzt nehmen wir Englisch allgemein. Wir öffnen das Ganze. Und wir sehen, hier wird jetzt das Wort Wasser gezeigt. Und nochmal, ich habe ja vorhin gesagt, das hier ist nur lesbar. Das heißt, ich kann hier nicht, das hier kann ich nicht hier wegklicken. Also, ich kann auf der Tastatur hier tippen, da passiert nichts. Das ist ein Leerzeichen oder Enter, da passiert nichts. Das ist nur lesbar. Hier hingegen kann ich alles schreiben. Das meinte ich vorhin mit lesbar und schreibbar. Das hier ist lesbar, das ist schreibbar. Links steht das deutsche Wort. Hier, wir haben Deutsch-Englisch gewählt. Das deutsche Wort. Und hier muss ich jetzt das englische Wort eintragen. So, Wasser. Das können wir eigentlich wieder wegmachen. Wasser steht hier unten. Water. Dann gehen wir mal Water ein. Weiter. Jetzt einfach weiterklicken. So, jetzt steht da Schule. Schule steht hier oben. Jetzt könnte man sich fragen, ja, warum haben wir nicht von ganz oben angefangen? Also hier von Hund, danach Schule, dann Auto. Ich habe das Programm so geschrieben, dass die Wörter aus dieser Liste zufällig rausgepickt werden. Man kann das Programm auch so schreiben, dass diese Reihenfolge eingehalten wird. Also von oben nach unten. Dann werden eins von oben nach unten, Zeile für Zeile, alle Wörter rausgepickt. Aber, wie gesagt, ich habe das jetzt so gemacht, dass das einfach so zufällig rausgepickt wird. Wir haben gesehen, Wasser steht hier ganz unten. Jetzt haben wir Schule. Und dann wird gleich was anderes rauskommen. So, was ist noch passiert? Wir haben hier jetzt, ja, das hier. Unten haben wir so einen Balken. Und das wurde jetzt um diese Einheit gefüllt. Wir haben hier insgesamt zehn Vokabeln. Das hier ist ein Zehntel von diesem Balken. Das heißt, wenn wir alle Vokabeln durch haben, wird dieser Balken komplett voll sein. Diesen Balken habt ihr sicherlich irgendwo gesehen. Also, wenn ihr irgendwas gedownloadet habt oder bei einer Installation, da sieht man ja immer so einen Balken. Das wird ja dann immer voll und da unten hat man meistens auch so eine Zeit angegeben. Ja, das habe ich hier in diesem Programm auch eingebaut. Und, ja, machen wir mal weiter. Das nächste Wort hier, also wenn man hier nicht weiß, wie das Wort lautet, kann man trotzdem einfach auf Weiter klicken, ohne dass man da was reinschreibt. Das mache ich mal weiter. So, jetzt haben wir Blume. Blume ist hier. Also, ihr könnt sehen, von Schule ist ja jetzt auf Blume gesprungen. Und, das ist auch Flower, weiter, Sky, Rain. Ja, machen wir, kriegen wir weiter. So, jetzt kommt das letzte Wort. Und, das ist Stock. Und nach dem letzten Wort, dann haben wir ja alle Wörter durch. Und beachtet, jedes Wort wird genau einmal abgefragt. Also, wir haben jetzt alle Wörter und das ist jetzt das letzte Wort und dann ist das vorbei. Man kann das Programm auch so schreiben, dass das nicht vorbei ist und dass sich auch Wiederholungen, also, dass hier einige Wörter auch wiederholt werden können. Aber, ja, das kann man dann noch einbauen. So, weiter. Und wir sehen, hier ist jetzt ein Dialogfeld aufgegangen. Sie haben fünf Antworten richtig. Wollen Sie eine neue Sprache wählen? Wenn ich jetzt auf Nein klicke, dann bleibt das hier so, Deutsch, Englisch. Und dann werden diese Wörter nochmal von neuem abgefragt. Ich mache das mal, Nein. Und zack, jetzt ein neues Wort, Mädchen. Und das Ganze fängt wieder von neuem an. So, Sie haben null Antworten richtig. Wollen Sie eine neue Sprache wählen? Jetzt klicke ich mal auf Ja. Zack, das ist jetzt weg. Und hier kann ich jetzt, ja, was Neues wählen. Ich kann jetzt Englisch-Deutsch nehmen. Start, nehmen wir wieder Englisch-Allgemein. Und jetzt haben wir hier ein englisches Wort und dann geht es weiter. Ich kann auch jetzt einfach abbrechen, Abfrage abbrechen. Klicken wir drauf und dann kann ich hier wieder was Neues wählen. Ich teile nicht Deutsch, machen wir mal jetzt. Ich teile nicht allgemeine Wörter. Piccolo, Pronto, Io, Bellissimo, Vedere, Amore. Muss die Liebe sein. Subito, Adesso. So, ja, Sie haben null Antworten richtig. Da muss ich wohl noch ein bisschen lernen. Ja, ich denke, wir haben jetzt alle Vokabeln gesehen. Ach, nicht alle Vokabeln, sondern alle Elemente, so in Funktion. Und diese Liste hier, die kann man natürlich noch erweitern. Also ich könnte hier dann auch Englisch-Spanisch nehmen. Dann steht hier das englische Wort und ich muss dann das spanische Wort eintragen. Hier müssen wir dann natürlich die Vokabeln, also eine Textdatei erstellen, wo das dann auch so aufgelistet ist. Also Spanisch, Englisch, Spanisch, Englisch, Spanisch, Englisch. Ja, und man könnte auch hier noch andere Sprachen nehmen. Deutsch, Russisch. Dann kann ich hier auch eine Textdatei erstellen, wo Deutsch und Russische Wörter drinstehen. Ja, also ihr könnt sehen, das kann man so machen, wie man möchte. Ich werde in einem anderen Video das Ganze so machen, dass nach diesem Startklick dieses Dialogfeld nicht aufgeht. Das kann ja nervig sein, hier immer anzuwählen. Ich habe mir überlegt, das werde ich aber in einem anderen Video machen, dass man hier unten dann so Radiobuttons hat. Dann kann man da anwählen, ja, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, das Thema Essen haben. Oder ich möchte, dass die Reihenfolge eingehalten wird. Dann muss man das hier so in Radiobuttons dann angeben und dann kann der Anwender diese anwählen. Und nach dem Startklick soll dann sofort hier das erste Wort angebildet werden, ohne dass man hier diese Textdateien sucht. Aber das mache ich, wie gesagt, in einem anderen Video. Ich würde jetzt sagen, da wir hier alles gesehen haben, können wir jetzt mit dem Programmieren anfangen. Und wir gehen hier auf Datei, Neu, Projekt. Ja, wir nehmen jetzt Windows Forms. Also man kann hier auch Links wählen. Ich habe ja zuletzt auch Windows Forms gewählt. oder hier Windows Forms und Projektname soll lauten, Vokabeldreh nach. So, erstellen. Ja, jetzt haben wir das hier und die Oberfläche müssen wir jetzt aufbauen, bevor wir mit der Programmierung beginnen. Und das mache ich jetzt ganz schnell. So, Form 1. Da oben soll stehen, Vokabeltrainerprogramm. Oder einfach nur Vokabeltrainer. Toolbox hier links. Da nehmen wir uns jetzt zwar einmal Textbox. So, und das soll die Größe, also die Schriftgröße, das Wort steht ja hier drin und die Größe, die Schriftgröße kann ich dann hier bei Formt ändern. Dann wird auch entsprechend dieser Textbox verändert. Dann nehmen wir mal die Größe 18 und das Ganze sieht dann so aus. Wir kopieren das Ganze, füllen hinzu, dann haben wir hier zwei Textboxen. Und ich hatte ja gesagt, dass das Ganze nur lesbar sein soll. Wir gehen also hier unten auf die Eigenschaft Read Only. Hier Read Only, hier ist das False, wir machen jetzt True, das ist also wohl noch lesbar. Also wenn wir das ausführen, dann sind das Ganze... Ja, das dauert jetzt ein wenig. Ja, also wir können hier nichts schreiben, hier kann man aber schreiben. So, machen wir mal weiter. Wir brauchen jetzt noch... Was brauchen wir da noch? Ich suche mal Combo... Combo Box, genau. Dann haben wir jetzt hier so ein Combo Box. Auch hier die Schriftgröße soll... Ja, hier nehmen wir mal 15. Und wenn wir hier oben draufklicken, Combo Box Aufgaben, Einträge bearbeiten. Ja, hier tragen wir jetzt ein Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Ja, das reicht erst mal. Später werden wir dann Spanisch und Italienisch eintragen, aber für das Erste reicht das hier. Ja, und wenn wir das jetzt mal ausführen, dann sehen wir, dass hier Deutsch und Englisch drin steht. Machen wir da mal ein bisschen größer. Ja, jetzt brauchen wir noch einmal Playbook. Hier soll stehen, bitte... Ah, nee. Das war hier die Schriftgröße, das war falsch. Wir müssen die Eigenschaft Text nehmen. Also hier soll stehen, bitte Sprache wählen. Und dann nehmen wir mal die Größe. Auch 18, passt ja. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Buttons, dann sind wir schon fast fertig. So. Weiter. Abfrage abbrechen. Und hier Start. So, wir gehen jetzt wieder auf Volt und da haben wir die Eigenschaft... Ja, was nehmen wir denn hier jetzt? Sagen wir ja wieder auf jetzt. Ah, so zu klein. Wir haben hier noch die Eigenschaften Vault, das wird dann einfach dick angezeigt, Start. Und weiter kann, denke ich... Ja, komm, machen wir auch die Schriftgröße ein bisschen größer. Und Abfrage abbrechen, das muss auf jeden Fall groß sein, dann der Text wird da sonst nicht angezeigt. So. Ich denke, wir können das jetzt so lassen. Die wichtigsten Elemente stehen jetzt hier. Und ja, wir brauchen hier noch diesen Balken, den packe ich da jetzt auch noch rein. Äh, das ist Progress Bar. Man kann sehen, Progress Bar. So, jetzt haben wir alles, ne? Das passiert noch nichts, aber die Oberfläche passt schon mal. Natürlich kann man das noch schöner machen, aber das ist jetzt eigentlich sekundär. So, BackColor, was nehmen wir da? Ja, ich denke, wir können jetzt anfangen, also wenn wir hier auf Code Anzeigen gehen, dann sind wir in diesem Code Bereich. Womit soll ich jetzt anfangen? Ich würde sagen, bevor das Ganze geladen wird, setzen wir alle diese Elemente, also wir blenden diese Elemente einfach aus. Dafür klicke ich zweimal hier drauf, also auf das Formular. Dann komme ich hier auf das Standardereignis, also das Standardereignis bei diesem Formular ist das Load. Das ist diese Load-Methode. Also das hier ist eine Methode. Das ist die Ereignis-Behandlungsmethode. Diese Methode behandelt das Ereignis Load, welches vom Objekt Form 1, das ist das Formular, ausgelöst wurde. Worum geht es? Kurz gesagt, bevor das Programm geladen wird, werden Sachen vorgenommen und je nachdem, was man haben will, also die Sachen, die vorgenommen werden sollen, müssen dann hier drin stehen. Hier schreibe ich jetzt rein, dass alle diese Elemente ausgeblendet werden sollen, sprich, wir brauchen noch die Namen, das hier heißt jetzt Textbox 2 und das Textbox 1, wir ändern diese Namen. Die sollen schöne Namen haben, Textbox 1 soll lauten, Fragebox, Fragebox, das hier Antwortbox, das ist dann weiter Button, Abfrage, Abbruch, Button, das ist mein Start. Button, und das ist mein Wahl-Combo, haben wir noch was, das kann ich lassen, das kann Progressbar heißen, ja gehen wir jetzt zurück, jetzt kann ich diese, jetzt kann ich diese Elemente ansprechen, also Antwortbox, dann sage ich eben, Abbruch soll Braut sein, Fragebox, Fragebox kann eigentlich bleiben, weil das nur lesbar ist, also ich kann da ja sowieso nichts reinschreiben, Startbutton soll aufbraucht sein, Abbruch-Button sowieso, ich meine, was soll mir denn abbrechen, wenn noch nichts steht, Weiter-Button auf, und füllen wir mal das Ganze aus, Wir sehen, man kann hier nicht draufklicken, man kann diese Elemente nicht anwählen, hier kann ich sowieso nichts machen, das ist gut, ich kann also nur hier arbeiten, wenn ich jetzt hier irgendwas wähle, dann, ja, dann müssen wir gucken, wie es weitergeht, also dann müsste hier das hier eingeblendet werden, das machen wir jetzt auch. So, wir gehen jetzt hier zurück, und dann klicken wir hier zweimal drauf, und wir sind dann jetzt hier in dieser Ereignisbehandlungsmethode. Ganz wichtig, ich habe in meinem ersten Video, wo es um das Tick-Tack-Tock-Spiel ging, erklärt, was es bedeutet, wenn man auf ein Element zweimal draufklickt. Wenn ich jetzt, also ich brauche ja gleich auch diesen Startbutton, ich klicke jetzt mal drauf, zweimal draufklicken, jetzt bin ich hier bei dieser Ereignisbehandlungsmethode, hier ist das Ereignis-Klick, also wir haben hier das Klick-Ereignis. Viele glauben, wenn man auf ein Element zweimal draufklickt, dass dadurch das Klick-Ereignis automatisch rauskommt, also bei dieser Behandlungsmethode. Wir haben aber gesehen, ich habe hier auf das Formular zweimal geklickt, dann kam das Load-Ereignis, das Load-Ereignis ist das Standard-Ereignis vom Formular. Und ich habe hier jetzt auf dieses Element draufgeklickt, zweimal, da ist das Standard-Ereignis rausgekommen und das ist nicht Klick, sondern Selected Index Change. Das ist also das Standard-Ereignis von diesem Combo-Box. Und bei Buttons ist das Standard-Ereignis das Klick-Ereignis. Also nur weil ich jetzt zweimal auf etwas draufklicke, heißt das nicht, dass man automatisch das Klick-Ereignis bekommt, darauf möchte ich hinaus. So, Startbutton behandeln wir gleich, ja, Wahl-Combo-Selected Index Change, also der Name sagt es ja. Wir haben ja diese Einträge, wir haben ja diese zwei Einträge und wenn da etwas gewechselt wird, also wenn da ein neuer Eintrag gesetzt wird, das ist dann ja Index Change, also Select, wir haben ja diese Items, diese werden gewechselt und dann wird, ja, das ist dann ein Ereignis. Was soll dann passieren? Ja, dann soll dieser Button hier eingeblendet werden. Das will ich ja haben, denn wenn ich jetzt einfach hier bin, dann passiert ja noch nichts, aber wenn ich jetzt hier ein Item wähle, also eine Einstellung, zack, dann soll das hier eingeblendet werden. Also dieses Wechseln hier, das löst dieses Selected Index Change, also hier dieses Ereignis aus. Ja, was soll da passieren, ja, wenn das gesetzt wird, dann soll Startbutton eingeblendet werden. Ja, dazu fragen wir erstmal, ist da überhaupt was gewählt worden? Also es war Combo Text nicht leer, dann setze Startbutton, also setze diesen Button frei, bzw. schalte diesen Button frei, also gucken wir uns das an. So, wenn ich das jetzt wähle, dann habe ich jetzt Startbutton freigeschaltet. Ich kann hier jetzt drauf klicken. So, jetzt kommen wir zu diesem Ereignis, Startbutton Click. Wenn wir hier drauf klicken, dann soll mein Combo Box ausgeblendet werden. Das machen wir als erstes, Wahlcombo, Unabled, False und als nächstes soll dann ein Dialogfeld aufgehen. Dazu gehen wir hier nochmal zurück, Toolbox und ganz unten, also hier Dialogfelder, da kann man sehen, Color Dialog, Folder Browser Dialog, Front Dialog, Open File Dialog und Save File oder Speichern. Also ihr kennt das ja, wenn man irgendwas speichern will, dann geht ja auch so ein Dialogfeld auf. Und wir brauchen jetzt hier Open File Dialog. So, wir klicken einmal drauf und dann klicken wir hier drauf und jetzt kann man sich fragen, ja wo ist denn das Element? Anzeige, Textbox wird ja angezeigt, Buttons wird angezeigt, aber wieso wird jetzt Open File Dialog nicht angezeigt? Naja, wie soll man das denn anzeigen? Das braucht man gar nicht dazu zeigen, das geht auch nicht. Es wird hier unten angezeigt. Hier unten kann man es sehen. Open File Dialog. Wenn man jetzt hier rechts auf Formdesigner geht, dann kann man ja sehen, was alles im Hintergrund generiert wird. Wir sehen, hier haben wir jetzt, also wir haben, ich fange mal hier oben an, wir haben Textbox, Fragebox, Textbox, Antwortbox. Diese Textbox hier, das sind ja alles, wenn man genau guckt, das sind ja Klassen. Also ich habe von diesen Klassen jetzt Objekte instanziiert, die diesen Namen tragen. Das sind diese Namen von diesen Objekten. Wir haben jetzt Textbox-Objekt, heißt Fragebox. Label-Objekt, man kann hier sehen, hier steht ja Class. Button, Class, das ist Button. Und Open File Dialog ist auch eine Klasse. Wir haben jetzt ein Objekt namens Open File Dialog, aber jetzt die Frage, ist das denn überhaupt erzeugt? Also haben wir da jetzt schon was initialisiert oder haben wir nur deklariert? Das ist ja erstmal nur eine Deklaration, so wie Int A und dann Semikolon. A ist nur die Variable. Hier ist das genauso. Das ist sozusagen jetzt einfach nur die Variable-Name, der Variable-Name, genau. Und wenn man jetzt hier draufklickt, hier wurde ja Code generiert, dann sehen wir, aha, Fragebox Neo, eine Fragebox ist ja der Name, gleich Neo Textbox, Klammer auf, Klammer zu. Hier wurden jetzt Objekte instanziiert. Und bei mir, ich habe jetzt ein Objekt namens Open File Dialog, das wurde hier instanziiert, alles schön und gut. Ich kann jetzt mit diesen Objekten arbeiten. Ich mache das mal weg, jetzt kommen wir zurück. Also ich habe jetzt hier im Code auch mein Open File Dialog. Und ja, schauen wir uns das mal an. Also wenn ich jetzt Open File Dialog hier einstippe, das ist der Name. Ich hätte auch hier Dialogfeld öffnen schreiben können. Ich habe jetzt Open File Dialog stehen. Also den Namen kann man hier ändern. Wenn man hier unten geht, dann hier draufklickt, Name hier, Name ändern. Aber ich lasse das jetzt so stehen. Open File Dialog. Das ist jetzt hier. Ja, und jetzt die Frage, was kann man da so alles machen? Also wenn man hier auf Punkt klickt, dann sieht man so einige Eigenschaften und Methoden. Also hier, hier hat man die Methoden, hier die Eigenschaften. Ich mache das mal so, damit wir das besser sehen können. Ich stelle mal so einen Dialog wie sie halt. Und das nennen wir die R. Und das ist jetzt Open File Dialog. Und jetzt schau, schau Dialog. Zeig mir, ob das Dialogfeld. Gucken wir mal, was da passiert. Wenn wir jetzt, da passiert jetzt eigentlich nichts. Also zack, Start. Ja, da wird nur was angezeigt. Was passiert jetzt, wenn ich auf Abbrechen klicke oder eröffne? Oder wenn ich jetzt hier, das steht noch nicht fest. Und wir gehen hier jetzt zurück. Und das setzen wir alles. Wir gucken, was wir so einsetzen können. So. Bei diesem Dialogfeld gibt es ja zwei Buttons, die wir ja gerade gesehen haben. Öffnen oder Abbrechen. Das kann man dann einfach mal hier so schreiben. Und zwar Dialog Result OK. Wenn wir also auf Öffnen klicken, ja, nur zu Demonstrationszwecken. Ich zeige also Messagebox. Also das hat jetzt nichts mit dem Programm zu tun. Das ist jetzt einfach nur zum zeigen, was da so passiert. Also wir füllen das jetzt aus. Start. Und Textdokument. Und siehe da, da haben wir jetzt dieses Dialogfeld. Okay, da stand Hallo. Wir sind also in diese Bedingungen reingekommen. Messagebox, Show, Hallo. Ja. Ich fülle das mal nochmal aus. Und ihr könnt sehen, der hat mir jetzt irgendwas geöffnet. Hier, Dokumente. Also ihr könnt sehen, Dokumente. Und ich kann ihm jetzt sagen, dass... Ich kann ihm hier schon mal einen Pfad vorgeben. Und ich kann ihm auch hier Dateinamen schon vorgeben. Oder hier, dass er nur Textdateien suchen soll. Das alles ist möglich. Das zeige ich jetzt auch mal kurz. Und zwar schreiben wir das mal hier. Das ist dann jetzt Open Dialog. Initial Directory. Da kann man sehen, ruft das Ausgangsverzeichnis ab. Das ist ein Stringwert. Da müssen wir also was reinschreiben. Und ich werde da jetzt den Pfad von dem Ordner angeben, den wir hier ganz am Anfang gesehen hatten. Also hier diesen kompletten Pfad. Ich kopiere das einfach. Und füge das hier jetzt hinzu. So, nochmal. So, jetzt haben wir ein Problem. Und zwar diese Zeichen hier. Die kann er nicht lesen. Da steht nicht erkannte Escape Sequenz. Hier klappt das noch. Hier auch. Das liegt daran, dieses... Diese Schrägstriche, die haben eine gewisse Funktion. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel nur Strichstrich entschreibe und dann hier weiter tippen würde. Dann bedeutet das, dass hier ein Zeilenumbruch stattfinden soll. Das heißt, das hier würde dann in der Ausgabe in der nächsten Zeile stehen. Das bewirkt dieses Strich N. Und jetzt fragt er sich nun, ja, was soll Strich U bedeuten? Was soll Strich S bedeuten? Anscheinend hat Strich R hier eine Bedeutung. Deswegen wird hier kein Fehler angezeigt. Und das kann man so lösen, indem man hier jetzt auch noch ein Strich macht. Das ist dann ein Strich, Strich. Wir können sehen, hier taucht keine Fehlermeldung auf. Also hier auch Strich, Strich. Das rote Kringel ist da weg. Aber man macht das normalerweise nicht so. Man lässt das so stehen. Man kann hier Abhilfe, also man kann hier einfach ein Add hinschreiben. Und dann liest er das Ganze als Pfad. Die unten Striche sind weg. Wenn wir das jetzt ausführen, dann wird er hier reingehen. Also Users, Standard, Source, Repose. Dann hier, dann hier und dann hier. Das ist der Ordner. Den öffnet er jetzt. Und siehe da, er hat jetzt diesen Ordner geöffnet. Debug, hier sind meine Textdateien. Hier steht jetzt Open File Dialog. Den kann ich auch ändern. Das mache ich jetzt auch mal. Open File Dialog, File Name. Soll einfach leer sein. Und weiter soll noch Filter. Hier steht ja Filter. Und da sagen wir ihm einfach, dass er Textdateien angeben soll. Also Textdateien. Da muss man jetzt mal kurz gucken, wie man das schreibt. Da hat man jetzt Strich Stern Punkt Text. Gucken wir mal, was da jetzt kommt. Also. File Name, also File Name. Dateiname wird hier nichts angezeigt. Ich habe ja hier nichts reingeschrieben. Und hier können wir sehen, Textdateien. Ich könnte hier noch andere Sachen reinschreiben. Weiß ich nicht. Also Bilddateien oder Videodateien. Was auch immer. Ja. Und ihr könnt sehen, die anderen Dateien, die hier drin sind. Also hier, das ist ja der Ordner. Diese Dateien, die zeigt er mir nicht an. Er zeigt mir also nur Textdateien an. Das kann man hier auch normal feststellen. So, was soll jetzt passieren? Jetzt muss ich ja weiter gucken. Wir haben hier jetzt OK. Also wenn hier jetzt irgendwas gewählt wird, OK. Dann muss ja was passieren. Und das Ganze schreibe ich dann hier rein. Es soll jetzt kein Dialog aufgehen, sondern. Ja. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier reinschreiben. Und ich sehe gerade, das ist hier unschön aufgeschrieben. DR. Also ich nehme diesen ganzen Teil. Und packe das einfach hier rein. Dann kann das hier weg. Als erstes soll er Antwortbox freigeben. Und Startbutton soll ausgeblendet werden. So. Danach muss ich jetzt mit der ausgewählten Textdatei arbeiten. Das heißt, in der Textdatei haben wir ja gesehen, die Wörter standen Zeile für Zeile untereinander. Und ich muss da jetzt sozusagen die deutschen Wörter von den englischen Wörtern separieren. Und ja, generell, wenn man mit Textdateien oder generell mit Dateien arbeitet, gibt es da die Klasse File. Also wenn ich jetzt hier File klicke, File. Und das Problem ist, File findet er nicht. File, was soll das sein? File ist aktuell im Kontext nicht vorhanden. Wir klicken mal hier drauf. Und dann sehen wir Using System I.O. Er sagt uns also, was wir hier machen können. Und also hier Variable File generieren und dann Typ und so weiter. Aber wir nehmen das erste, Using System I.O. Ich könnte also hier einfach schreiben, System I.O. Punkt File. So, das klappt. Jetzt zeigt er keine Fehlermeldung. Also File wurde erkannt. Also das wird jetzt nicht rot untergestrichen. Das hier ist jetzt diese Fehlermeldung hier unten, die beziehen sich jetzt auch was anderes. Ja, also Punkt. Ja, was soll da passieren? Hier gibt es jetzt andere Methoden. Also dieses System I.O. schreibt man jetzt eigentlich nicht hier hin. Ich werde das jetzt rausholen. Ich schreibe das hier oben hin. Ich würde sehen, System I.O. Und jetzt kann er das erkennen. Also nochmal. File. Punkt. So, hier sind jetzt einige Methoden. Ich suche jetzt die Methode ReadAllLines. ReadLines und ReadAllLines. Was passiert da? So, als Übergabeparameter haben wir ein String. Da steht sogar Path. Da geben wir also den Pfad an. Und zurück kommt dann ein Array raus. Das heißt, also hier steht es nochmal. Also ReadAllLines, die Methode öffnet eine Textdatei. Die Textdatei sollte in diesem Pfad drin sein. Und von dieser Textdatei werden dann alle Zeilen gelesen. Und dann wird die Datei wieder geschlossen. Und alle Zeilen werden dann in ein String-Array reingepackt. Mehr passiert da nicht. Also, ich sage ihm also, wir brauchen jetzt ein String-Array. Das soll lauten Datei. Und da soll er jetzt ReadAllLines, die Methode ReadAllLines hier anwenden. Und dann wird das alles da reingespeichert. Jetzt braucht er ein Pfad. Ich sage ihm jetzt einfach, nimm den Namen von der Datei, die du hier gewählt hast. Also, Open File, Dialog, File Name. So, das wird dann da reingespeichert, gespeichert. Eine Pfeil nehmen, also hier nochmal ausführen. Also, wenn ich jetzt hier eine Textdatei nehme, dann habe ich diesen Pfeil. Wenn ich dann auf OK klicke, dann wird alles in Datei gespeichert. Also, die Zeilen, die in dieser Textdatei dann stehen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Textdatei auch Zeile für Zeile steht. Also, es werden wirklich Zeilen gelesen. Alle Wörter sind jetzt hier drin, in Datei. Das heißt, die deutschen und die englischen Wörter aus der Textdatei. Wir müssen diese Wörter natürlich voneinander trennen. Wir haben jetzt Deutsch, Englisch oder Englisch, Deutsch. Das heißt, wir müssen hier erstmal gucken, was gewählt wurde. Also, wir machen jetzt einfach eine Fallunterscheidung. Wenn wir Deutsch, Englisch gewählt haben, war Combo Text, Deutsch, Englisch. Bitte beachtet, dass hier, also das hier muss genauso stehen, wie das hier eingetragen wurde. Deutsch, Englisch, also groß geschrieben. Und wenn ihr das einmal falsch einträgt, dann wird er hier in diese Verdingung nicht reingehen. Ja, Deutsch, Englisch. Wir brauchen jetzt ein neues Array. Ja, ein Array, wo ich sozusagen Paare wilde. Und da werde ich jetzt die Klasse Hashtable nehmen. Das ist so wie ein Array. Und zwar, man sagt, es ist ein sogenanntes assoziatives Array. Ich führe das einfach mal an ein Beispiel vor. Und zwar, machen wir das mal einfach Kommentar zum Hashtable. Das ist die Klasse. Ja, Name ist eigentlich B. Und Hashtable. Klammer auf. Und jetzt will ich Paare bilden. Jedes Array-Element, beziehungsweise jeder Array-Wert hat einen Schlüssel. Und dieser ist eindeutig. Und mit diesem Schlüssel kann ich dann den Array-Wert aufrufen. Ich mache mal jetzt hier als Beispiel Hashtable B. Und hier in diesem Array sollen jetzt Hauptstädte gespeichert werden. Und das entsprechende Bundesland soll dann der Schlüssel sein. Also machen wir das mal B. Okay, da soll jetzt rein Hessen. Das Land Hessen. Also dieses Land ist jetzt der Schlüssel. Der Wert ist jetzt, ist jetzt die Hauptstadt. Nehmen wir mal noch ein Beispiel. Sagen wir Sachsen. Das Land Sachsen mit der, ja die Hauptstadt ist Dresden. Noch ein letztes Beispiel, dann können wir auch sofort unsere Wörter hier eintragen. Also ihr könnt sehen, so sieht ein Hashtable aus. Wir haben hier diese Werte Wiesbaden, Dresden, Erfurt. Das sind die Hauptstädte. Und zu jedem gibt es dann einen eindeutigen Schlüssel. Und der Schlüssel ist dann hier auch das Land. Man hätte auch ein anderes Beispiel nehmen können. Ich habe jetzt dieses Beispiel genommen. Merkt euch einfach nur, ihr müsst jetzt auch diese Länder nicht kennen. Und die Hauptstädte auch nicht. Aber ihr solltet euch merken, hier haben wir ein assoziatives Array. Wir haben also Paare. Und bei mir wird das Ganze jetzt so aussehen, dass ich als Schlüssel die erste Sprache haben werde. Und der Wert ist dann die zweite Sprache. Also das, was abgefragt wird, wird dann hier der Schlüssel sein. Und die Werte sind dann, also da haben wir dann die zweite Sprache. Bevor wir aber Hashtable hier überhaupt benutzen können, wir werden das ja global brauchen. Das heißt, ich werde das jetzt außerhalb der Methode schreiben. Wir sind ja immer noch bei der Ereignisbehandlungsmethode von Startbutton. Und wir gehen jetzt aus dieser Methode raus. Am besten hier oben, damit das schön ordentlich aussieht. Wir holen uns jetzt Hashtable. Hashtable. Erkennt er nicht. Das ist jetzt rot. Woran liegt das? Naja, wo liegt denn Hashtable? Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir Using System Collections. Das heißt, wir brauchen das hier. Da drin ist Hashtable. Das ist ja genauso wie mit File gewesen. File ist den System I.O. So, System I.O. haben wir hier eingebunden. Das heißt, hier brauche ich, was nochmal? Using System Collections. Genau, das kann ich dann einfach hier reinschreiben. Using System Collections. Und siehe da, Hashtable ist nicht mehr rot. Unterstrichen. So, wie sollen wir dieses Objekt nennen? Wir sagen dann einfach, Wörter oder Wort. Ja, nennen wir Wörter. New Hashtable. Und jetzt haben wir hier Wörter. Kommen wir jetzt wieder zurück. Wenn Deutsch-Englich gewählt wurde, dann müssen wir diese Paare in Wörter so aufstellen, dass man Deutsch-Englich hat und nicht Englich-Deutsch. Das heißt, Deutsch ist dann der Schlüssel und Englich ist dann der Wert. Genau, das wollen wir hier jetzt erreichen. Dazu brauche ich eine Vorschleife. Eine Vorschleife von 0 bis Läng. Da nehmen wir jetzt die Länge der Datei. Wir gehen ja jetzt hier die Elemente durch. In der Datei sind ja alle Wörter drin. Die Deutschen und die Englichen. Jetzt gehe ich alle Wörter durch und ich separiere die dann. Und sage dann, okay, jetzt nimm die Deutschen hier rein in Wörter. Also als Schlüssel und als Wert dann die Englichen. Also die Länge ist dann Datei, Length. Und ja, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir gucken. Wir öffnen jetzt einfach mal die Textdatei. Und schauen wir uns das mal an. So, die Vorschleife geht von 0 bis Datei, Length. Datei, Length wird natürlich nicht angenommen. Denn Datei, Length sagt ja einfach nur, wie viele Elemente in diesem Array-Datei drin sind. Oder in der 10 drin sind. Und wenn wir dann von 0 zählen, dann muss er von 0 bis 9 gehen. Ja, macht ja Sinn. Und ja, wir sind wie gesagt hier in Datei drin. Hier ist das Textdatei. Alle diese Wörter sind jetzt als Array-Element in Datei enthalten. Und ich möchte jetzt Schlüsselwertpaare bilden. Und zwar, als Schlüssel will ich ein deutsches Wort haben. Und der zugehörige Wert muss dann das englische Wort sein. Und schauen wir uns das mal an. Also bei Hund haben wir Dog. Hund muss jetzt der Schlüssel sein. Dog muss jetzt der Wert sein. Wie komme ich hier, ja, wie kann ich diese Zuordnung bilden? Naja, schauen wir uns mal die deutschen Wörter an. Wir haben ja gesagt, das Ganze beginnt bei 0. Das heißt, das 0. Element hier ist Hund. Das 1. ist Dog. Und das 2. Element ist Schule. Das 4. Element ist Auto. Das 6. Blume und so weiter. Das heißt, an den geraden Stellen. Ja, ein Vielfaches von 2. Da haben wir die deutschen Wörter. Und nach diesen deutschen Wörtern kommt immer das entsprechende englische Wort. Das heißt, wenn er jetzt von i gleich 0 jetzt hier komplett runter geht, dann sage ich ihm einfach, hey, wenn i gerade ist, i, da wollen wir so Prozentzeichen, 2 gleich gleich 0. Also in diesem Fall ist dann i gerade. Das bedeutet, also was da steht hier, das ist ein Modulo-Operator. Da steht 2 passt in i rein mit Rest 0. Das ist Rest. Rest 0. Wenn da 0 steht, ja, dann passt die 2 in die 0 rein. Und zwar mit Rest 0. Die 2 passt ja 0 mal in die 0 rein. Wenn i gleich 5 ist, dann passt die 2 zweimal in die 5 rein mit Rest 1. Und das passt hier nicht. Hier soll ja Rest 0 rauskommen. Das heißt, 5. Bei i gleich 5 wird er hier nicht reingehen. Er wird hier nur reingehen, wenn die Zahl durch 2 teilbar ist. Und genau das will ich hier auch haben. Denn an den geraden Stellen sind die deutschen Wörter. Wenn er jetzt zu den geraden Stellen kommt, dann sage ich ihm Wörter. Ja, Schlüssel. Da weiß ich ja, wenn i gerade ist, habe ich da ein deutsches Wort. Und wo bin ich? Ich bin ja hier in diesem Array Datei drin. Und dann sage ich ihm Datei i soll dann der Schlüssel sein. Und zu diesem Schlüssel ordne ich jetzt einen Wert zu. Welchen Wert? Naja, nach Hund kommt ja Doc. Beziehungsweise nach einem deutschen Wort kommt immer das englische Wort. Wenn hier jetzt die Stelle i ist, dann ist das englische Wort i plus 1. Das heißt, hier kommt Datei i plus 1. Zack. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, wenn das letzte Wort erreicht wird. Hier ist 0. Dann haben wir die Dingle bei 0. Dann geht er bis hier runter. Also er geht dann hier runter. Das ist das letzte deutsche Wort. Das ist das letzte englische Wort. Wenn er jetzt bis zum letzten, also Datei length ist nicht das letzte. Das wird ja nicht angenommen. Das hier steht ja i echt kleiner. Aber das da drunter wird ja angenommen. Und da kann es dann zu einem Problem kommen, wenn hier i plus 1 steht. Das Datei i wird dann noch gelesen. Aber i plus 1 ist dann das Problem. Da machen wir jetzt hier einfach minus 1. Ja, dann klappt das. Ja, hier haben wir jetzt die Zuordnung Deutsch-Englisch. Also nochmal Schlüsselwertpaare. Und die Schlüssel haben wir hier die deutschen Wörter. Und die entsprechenden Werte sind hier die englischen Wörter. If-Anweisung. Also wir haben hier nur eine Anweisung. Dann können wir diese Klammern weglassen. Sieht dann viel schöner aus. Und bei for haben wir auch eine Anweisung. Und zwar diese if-Anweisung. Das heißt, das kann dann auch weg. Und das Ganze sieht dann so aus. Ziemlich schmal. Wir können jetzt viele Zeilen wegstreichen. Jetzt kommen wir zu der nächsten, zum nächsten Fall. Also wenn wir Deutsch-Englisch haben, der nächste Fall ist dann also if. Ja, hier haben wir dann, das kann ich jetzt kopieren. Das ist dann Englisch-Deutsch. Und hier ist im Grunde genau das gleiche, nur halt umgekehrt. Wir wollen jetzt nicht die geraden Stellen suchen, sondern die ungeraden. Also wir haben ja gesagt, an den geraden Stellen ist vielfaches von 2. Dazu gehört auch die 0. Dann 0 mal 2 ist gleich 0. Und die englischen Wörter, die stehen an den ungeraden Stellen. Das heißt, ich kann ihm jetzt einfach sagen, teile durch 2 und gucke, ob der Rest gleich 1 rauskommt. Und wenn da jetzt 3 steht, die Stelle 3, dann heißt das ja, 2 passt in die 3 einmal rein. Und mit einem Rest 1. Das ist hier Rest 1. Also ist diese if-Bedingung erfüllt, i gleich 3, kann er dann hier reingehen. Und dann sagt der Datei i. Das ist dann ja ein englisches Wort, weil i ist ja ungerade. Und dieses englische Wort ist jetzt mein Schlüssel. Und zu diesem Schlüssel ordne ich jetzt das deutsche Wort zu. Wir müssen jetzt gucken, dass wir auch das richtige deutsche Wort finden. Denn hier Datei i. Also jetzt als Beispiel, das wäre jetzt Stone. Ja, welchen Wert sollen wir jetzt Stone zuordnen? Datei i plus 1. Das ist ja das nächste Wort Mädchen. Das wäre also falsch. Wir müssen also bei Stone 1 zurückgehen. Generell bei allen englischen Wörtern muss man 1 zurückgehen. Also bei i haben wir dann i minus 1. So, i minus 1. Und wir werden hier oben jetzt nicht alle Wörter erreichen, weil der i bis Datei lenkt minus 1 geht. Ich möchte aber auch das letzte englische Wort erreichen. Das heißt, ich brauche Datei lenkt plus 1. So, jetzt passt das alles. Gut, jetzt passt alles. So, das haben wir jetzt. Also wir sind jetzt immer noch hier in diesem Start-Button-Click. Und ich möchte, dass ganz am Ende, also wenn das alles hier ausgeführt wird, dass dann ganz am Ende hier einfach das erste deutsche Wort steht. Also bei Deutsch-Englisch jetzt. Bei dem anderen Fall Englisch-Deutsch muss dann das englische Wort stehen. Und in beiden Fällen haben wir, also bei Deutsch-Englisch haben wir den Schlüssel Deutsch und hier ist der Schlüssel Englisch. Das heißt, ich schaue mir einfach den Schlüssel an. Und der Schlüssel soll dann hier angegeben werden. Und das Ganze soll zufällig sein. Also am Ende soll irgendwie stehen, Fragebox, Text. Ja, ich mache da mal jetzt das hier. Da soll am Ende halt ein Wort stehen. Und zwar ein Schlüssel. Dazu habe ich mir überlegt, ich mache mir da eine weitere Liste, wo alle Schlüssel enthalten sind. Und alle diese Schlüssel, die sind nummeriert. Und dann sage ich ihm einfach, okay, gib mir jetzt eine zufällige Nummer. Und von dieser Nummer komme ich dann zum Schlüssel. Also, wir brauchen hier eine neue Liste sozusagen. Und zwar das hier. Und hier kann man sehen, TK, TValue, das ist also auch ein Schlüssel-Wert-Paar. Und mein Schlüssel ist hier jetzt int. Und das andere, also die Werte, das sind dann String-Werte. Und das nenne ich jetzt einfach Abfrage-Wort. Das sind die Werte, die abgefragt werden sollen. Und das war es dann auch schon hiermit. Jetzt holen wir Abfrage-Wort. Und wir packen da jetzt, also hier kommt dann die Nummerierung von 1 bis je nachdem, wie viele Wörter ich habe. Und hier kommen dann die Schlüssel rein. Das heißt, ich brauche jetzt eine ForEach-Schleife. Und wir gehen jetzt hier in Wörter rein. Da sind ja alle meine Schlüssel und Werte drin. Und hier schreiben wir jetzt Dictionary Entry. Das ist eine Struktur. Und ja, wir gehen jetzt alle Paare durch. Also das kann dann einfach D lauten. Das ist einfach der Name. Wir gehen jetzt die Paare in Wörter durch. Und was soll da passieren? Ich will jetzt alle Schlüsseln jetzt in diese Liste hier reinpacken. Also mit Liste mal in Anführungsstrichen Liste. Wie gesagt, das sind Wertpaare. Und ja, das Ganze machen wir dann so. Wir nehmen hier die Methode Add und hinzufügen. Ja, was fügen wir jetzt hinzu? Gucken wir mal. IntString haben wir ja. Das heißt, das erste ist der Schlüssel. Das zweite ist Value. Und bei dem ersten füge ich ihm jetzt einfach eine Zahl hinzu. Und zwar k. k muss ich natürlich definieren. Das machen wir auch hier ganz oben. int int k. Und hier setzen wir jetzt k gleich 0. Und jedes Mal, wenn er ein Wort rauspickt, soll er das dann um 1 erhöhen. Und dann wird hier k eingesetzt. Und da wird nicht nur k eingesetzt. Da kommt jetzt auch, also wir gehen ja Schlüsselwertpaare durch. Das heißt, wir haben Schlüssel und Wert. Wir sind in Inverter drin. Und in Inverter hole ich mir jetzt einfach den Schlüssel. d k. Und das Ganze müssen wir noch im String umwandeln. Dann passt das alles. Also nochmal, k ist 0. Jetzt vor each Schleife. Wir sind in Inverter. Wir gehen jetzt alle Paare durch. Wir haben da jetzt, sagen wir, 20 Paare. Dann wird jedes Mal d k, also d in Wörter. Und von die nehmen wir jetzt k. Also von diesem Paar nehmen wir jetzt den Schlüssel. Und packen das jetzt in Abfragewort rein. Add. Aber in Abfragewort add gibt es zwei Sachen, die wir reinpacken müssen. Denn hier kann man es sehen. int string. Das habe ich ja so definiert. int string. Das heißt, string ist in diesem Fall dann die k. Hier die k. Und int ist dann einfach k. Ja, k ist am Anfang 0. Wenn wir einmal in die Vorschleife reingehen, dann erhöhen wir k sofort um 1. Das heißt, das erste Element ist dann auch hier Nummer 1. Das zweite, dann kommt das nächste Element. Dann machen wir wieder k++. Dann haben wir zwei. Und dann kommt der zweite Schlüssel. Dann k3 und dann so weiter. Gut. Jetzt soll ja hier irgendwie am Ende stehen. Abfragewort. Und hier kann ich jetzt, also ihr habt es gesehen, wenn ich jetzt nochmal das hier mache, dann kann man sehen, int k. In diese Ecke in Klammern soll jetzt ein Schlüssel rein. Ja, der Schlüssel bei Abfragewort ist eine Zahl. Int. Das heißt, hier muss dann irgendwie stehen, zwei oder Schlüssel drei, Schlüssel sieben. Je nachdem, welchen Schlüssel wir abfragen wollen. Und das möchte ich zufällig machen. Das heißt, ich brauche hier eine Zufallsvariable. Ich brauche hier eine Zufallsvariable, das wiederum bedeutet, ich brauche hier ein random Objekt. Random Zufall, dann nennen wir das zu. New random. Und hier brauchen wir natürlich auch eine Variable, sagen wir z. Und in z packen wir jetzt irgendeine Zufallszahl rein. Wir rufen das Zufallsviertel zu. Und da sagen wir next, gibt uns die nächste, gibt uns einfach die Zahl zwischen, ja wohl betrachten wir nicht, 1 schon. Und jetzt, ja bis wohin soll er die Zufallszahlen betrachten? Also soll er jetzt bis 100, also die Zufallszahlen zwischen 1 und 100 betrachten oder 1 bis 10. Die Sache ist, ja hier haben wir ja schon gezählt, k. Wir haben insgesamt k Wörter. Also könnt ihr hier k schreiben. Aber das mit k reinschreiben ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Denn ich werde es später nochmal zeigen. Das wird gleich nochmal an einer anderen Stelle kommen. Dann werden wir das sehen. Also hier ist es sicherer, wenn wir k erstmal in eine Variable reinschreiben. Ja, also wir brauchen jetzt wieder eine Variable. Z, das nennen wir dann. Ja, wie sollen wir das nennen? Obergrenze. Ja, Obergrenze. Obergrenze. Zufallswert. Obergrenze. Zufallswert, genau. Und Obergrenze. Zufallswert. Ist hier dann einfach k. Und das schreiben wir hier rein. Das ist viel sicherer. Und es ist so, diese Zahl ist jetzt sozusagen mein Maximum. Die wird aber nicht angenommen. Next. Hier steht, also hier unten steht, gibt eine Zufallsganzahl zurück, die in einem angegebenen Bereich liegt. Also von 1 bis hier. 1 wird aber noch angegeben. Aber das hier nicht. Also das ist ausschließlich. Das heißt, wenn ich das hier haben möchte, muss ich einfach noch plus 1 machen. Und hier in Abfragewort sage ich jetzt einfach k.z. Je nachdem, welche Zufallszahl da rauskommt, sage ich eben jetzt, okay, dann nimm, nimm dieses Wort und gib das hier aus bei Fragenbox Text. So, wir können das jetzt Ganze ausführen. Wir sind jetzt hier mit diesem Startbutton im Grunde fertig. Wir führen das mal aus. Aber bitte Sprache wählen. Deutsch, Englisch. Wir nehmen mal jetzt das hier. Öffnen. Und siehe da, da steht jetzt Regen. Machen wir das Ganze nochmal jetzt mit Englisch, Deutsch. Und da steht jetzt Rain. Super. Rain, also hier ist nochmal die Textdatei. Rain, Regen. Da wurde jetzt einfach ein Wort aus der Mitte rausgepickt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Button. Weiter Button. Wir klicken zweimal drauf. Und dann sind wir hier bei der Ereignisbehandlungsmethode. Und als erstes, was hier passieren soll, also nochmal, wenn wir auf Start klicken, dann unsere Datei wählen und das erste Wort hier steht, dann wird das hier eingeblendet. und dann können wir auch hier schreiben und dann auch weiter klicken. Das heißt, wenn man hier drauf klickt, soll als allererstes überprüft werden, ist das, was hier eingegeben wurde, richtig. Das heißt, hier haben wir eine Everfrage. Da fragen wir dann das Antwortbox, Text, gleich. Ja, wie können wir gucken, ob denn das Wort richtig ist? Dazu müssen wir jetzt nochmal in Wörter reingucken. Und hier in Wörter, was ist da nochmal drin? Da haben wir das Hashtable, da haben wir die Schlüsselwertpaare. Das heißt, hier muss ich einen Schlüssel angeben, dann kriege ich ja das Wort raus. Der Schlüssel ist ja immer das, was hier steht. Und ich möchte ja jetzt gucken, ist der Wert, der hier eingegeben wurde, richtig? Also gehört das zum richtigen Schlüssel? Wie kriegt man hier den Schlüssel raus? Naja, ich weiß ja, die Schlüssel, die sind hier im Abfragewort drin. Und ich weiß ja, wie der entsprechende Schlüssel zu erreichen ist, und zwar mit der richtigen Zahl. Und welcher Schlüssel ist hier drin? Das weiß ich auch. Hier nach Startbutton haben wir ja gesagt, da soll Abfragewort Z stehen. Und Z ist ja jetzt hier eine feste Zahl. Und in Z ist die Zahl immer noch gespeichert. Das heißt, bei uns ist ja hier Z global. Das heißt, auch außerhalb der Startbutton-Methode kann ich hier in Weiterbutton-Methode die Variable Z benutzen. Und hier setze ich dann genau diesen da ein. Abfragewort. Das kann man einfach kopieren und da einsetzen. Nochmal, hier haben wir jetzt einen Schlüssel. Und das wird dann in Word eingesetzt. Und das Ganze ist ja ein String-Wertvergleich. Also hier links an den Text, das ist ein String. wir machen das Ganze jetzt durch String. Und jetzt gibt es ja keine Fehlermeldung. Ja, was soll passieren, wenn das, wenn der Eintrag hier richtig ist? da zählen wir dann einfach nur, wie oft man da richtig eingetragen hat, also in Zähler und Zähler plus plus, das heißt, Zähler wird dann um eins erhöht, der Standard, der Default-Wert, der Standardwert von einer Invariablen ist immer null. Und wenn wir hier jetzt plus plus schreiben, dann wird das um eins erhöht. Und das ist nur eine Anweisung, das heißt, diese geschweiften Klammern können weg. Ja, im nächsten Schritt, also wenn wir weiterklicken, dann wird verglichen und wenn es richtig ist, wird um eins gezählt, dann muss aber sofort auch dieses Feld freigeräumt werden. Das mache ich jetzt sofort. Und Wordbox Text. Und weiter muss hier sofort ein neues Wort angezeigt werden. Und dieses Wort darf nicht mehr das alte Wort sein. Also das muss ein neues Wort sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dieses Wort muss wieder zufällig sein. Aus meiner Liste. Da brauche ich wieder meine Zufallszahl. Und bevor ich das mache, ich möchte ja, wie gesagt, dass die alten Wörter nicht mehr drankommen. Und da lösche ich dann einfach aus Abfragewort den Schlüssel, der schon dran war. Also Abfragewort remove. Also hier lösche ich jetzt, also hier steht entfernt den Wert mit dem angegebenen Schlüssel. Also k ist der Schlüssel des entfernten Elements. Da sage ich ihm einfach, okay, nehme jetzt die Nummer z, das ist ja die Nummer, die schon dran war, und entferne diese. Gut, als nächstes brauchen wir jetzt eine neue Zahl, zwar eine neue Zufallszahl. Das heißt, wir brauchen, ja, also wir brauchen eine While-Scheife, denn die Zufallszahl, die hier generiert wird, also das ist die gleiche, also das, was hier jetzt steht mit Z gleich Zufallszahl next, das ist einfach nur das hier. Und wir müssen halt sicherstellen, dass, ach, nicht next, Obergrenze, wir müssen uns sicherstellen, dass diese Zahl, die hier rauskommt, hier noch nicht dran war, das heißt, er bleibt in der While-Scheife so lange, bis er eine Zahl findet, die noch nicht dran war. Und das machen wir so am Fragewort Contain, contains K, also wir fragen ihn, also hier wird jetzt gefragt, ist dieser Schlüssel hier enthalten oder nicht? Contains K, und da gebe ich ihm einfach die Zahl Z, und das fragt er ab, aber ich möchte jetzt hier das Ganze negieren, er soll aus der While-Scheife rausgehen, wenn er die richtige Zahl findet, also wenn diese Bedingung verletzt ist. Hier steht ja, Schlüssel ist nicht enthalten, wenn dieser Schlüssel noch nicht dran war, dann merke dir diese Zahl, dann kommt die nächste Anweisung, das heißt, hier, wenn ich jetzt hier, alles was ich hier jetzt mache, hier in diesem Bereich, habe ich jetzt diese Zahl, die noch nicht dran war, und damit arbeite ich dann auch weiter. So, wir haben damit Z und wir können dann sofort sagen, Fragebox Text soll jetzt ein Abfragewort und zwar von Z. Z ist jetzt hier neu, das heißt, Fragebox Text wird jetzt ein neues Wort angezeigt. Wir führen das jetzt mal aus. So, da steht jetzt Auto, Deutsch. So, wir können hier nicht auf weiterklicken, das ist immer noch ausgeblendet. Ich habe das wohl hier unten vergessen. Also, wenn man auf OK drückt, dann sollte hier Weiter Button enabled true sein. Ja, gucken wir mal jetzt. So, da steht jetzt Mädchen. Ich klicke jetzt gleich auf Weiter, dann wird das alles ausgeführt. So, das heißt, dieses Wort wird dann nie wieder mehr kommen, denn das wird hier gelöscht. Dann wird Antwortbox gelöscht, also ich könnte jetzt hier was einschreiben und danach kommt die Wildschleife und dann sucht er ein neues Z, also eine neue Zahl und wenn er eine neue Zahl gefunden hat, die noch nicht dran war, dann ruft er wieder Abfragewort Z auf und das wird dann in Textbox angezeigt. So, jetzt weiter. Und siehe da, da steht jetzt Auto. Mädchen kann jetzt nicht mehr dran kommen. Blume, jetzt kann Auto und Mädchen nicht mehr dran kommen. Auto, Blume, Mädchen, Regen, Stein, Hund, Himmel, Hart, Wasser. So, das ist jetzt das letzte Wort scheinbar, denn ich habe draufgeklickt und irgendwie funktioniert das jetzt nicht. Keine Rückmeldung und das Ganze bricht zusammen. Das liegt daran, hier die Wildschleife, er ist jetzt in dieser Wildschleife gefangen. Ja, warum ist er in dieser Wildschleife gefangen? Na ja, jedes Mal, wenn ich weiterklicke, wird ja das Wort gelöscht. Das heißt, beim letzten Wort, wenn ich auf weiterklicke, wird dieser gelöscht und dann kommt er hier in Wildschleife rein und dann sucht er jetzt eine Zahl und zwar so lange, bis er eine findet, die noch nicht dran war, aber da waren ja alle Zahlen schon dran. Das heißt, er bleibt hier in dieser Endlosschleife stecken. Das müssen wir noch ändern. Das müssen wir noch ändern. Wir müssen jetzt gucken, ob alle Wörter dran waren. Die entscheidende Frage lautet hier also, wie viele Vokabeln habe ich denn? Wie viele Wörter habe ich? Gehen wir mal runter auf Start-Button. Da haben wir ja ganz unten k gleich 0 und dann kommt die For-Each-Schleife. In dieser For-Each-Schleife werden dann die Schlüssel von Wörter in Abfragewort hinzugefügt und dabei wird k immer um 1 erhöht. Wenn diese For-Each-Schleife zu Ende ist, dann haben wir k gleich irgendeine feste Zahl. Diese Zahl sagt mir dann, wie viele Wörter ich habe. Und hier bei Weiter-Button entfernen wir bei Remove jedes Wort. Das heißt, dann muss ich auch k rund um 1 runtersetzen. Wenn ein Wort weggeht, wird dann k um 1 runtergesetzt. Und ganz am Ende, wenn wir beim letzten Wort sind, ist k gleich 0. Dann kommt er in diese Weinschleife rein. hier sage ich ihm jetzt, okay, wenn k gleich 0 ist, dann soll ein Dialogfeld aufgehen. Ja, Dialogfeld, da machen wir jetzt ein Dialog result d. Das soll sein Messagebox show. Ja, da schreiben wir dann Sie haben plus Zähler plus Antworten richtig. Zähler haben wir ja immer um 1 erhöht, wenn das Wort richtig war. Und hier geben wir dann am Ende zurück, wie viele Wörter er wusste. Also der Anwender. Sie haben so viele Antworten richtig plus und dann kommt hier so das hier. Das bedeutet, dass ein Zeilenbruch stattfinden soll. Das heißt, in der nächsten Zeile soll dann stehen Wollen Sie eine neue Sprache wählen? Fragezeichen. Wir haben ja noch ein Plus vergessen. Und hier das wird auch noch nicht gelesen. Wir brauchen noch das hier. jetzt geht's. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Aber das mit ja oder nein, weiß er noch nicht. Das heißt, wir müssen hier noch was eintragen. Info. So, die dritte Parameter ist dann einfach Messagebox Buttons Yes Yes No. No. Also, nochmal, damit man alle Parameter sehen kann. In der Methode Show haben wir hier ein String, Komma, noch ein String, Komma, und dann haben wir jetzt Messagebox Buttons Yes No. Das heißt, da wird ein Dialogfeld aufgehen, da wird dann das hier stehen, oben links wird dann, also hier oben links in diesem Dialogfeld steht dann Info, und dann gibt es zwei Buttons Yes oder No. Also, wenn ich jetzt frage, würden sie eine neue Sprache wählen, dann kann er Ja oder Nein wählen, und wir machen das dann hier, If D, also das alles ist ja in D drüber, und D FD gleich Dialog Result Yes, und dann haben wir noch If D gleich Dialog Result No. Und in beiden Fällen soll dann aus dieser Wildschleife rausgesprungen werden, also hier muss ich natürlich noch mehr reinschreiben, aber dieses Return kann ich jetzt schon mal reinklatschen, und hier auch Return, das heißt, er geht dann komplett aus der Methode raus, dann steckt er auch nicht in dieser Wildschleife fest, ich muss dann nur noch jetzt hier den Code implementieren, und hier auch, damit das Ganze auch vernünftig wird, aber der Punkt ist jetzt, dass wir nicht mehr in der Adlus-Schleife stecken bleiben, also das letzte Wort hier muss dann auch abgeschlossen werden, wir haben zehn Vokabeln, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, das ist jetzt das letzte Wort, das heißt, ich kann hier noch das letzte Wort hier auch noch gucken, da kommt der Flower raus, das kann ich dann hier eingeben, und wenn ich jetzt auf weiter klicke, dann muss das hier, dann darf er hier in dieser Wildschleife nicht stecken bleiben, denn dann kommt er ja hier in diese IF-Bedingung rein, K-Gleich 0, und dann hat er hier diese beiden, also dann geht hier ein Dialogfeld auf, und dann kann ich Ja oder Nein klicken, und dann kommt er aus dieser Methode insgesamt raus. So, weiter, machen wir das mal hier, und siehe da, ich habe ja auch weitergeklickt, das heißt, das alles wurde hier erfüllt, das heißt, er hat hier nochmal C da gezählt, also falls es richtig war, und K wurde dann um 1 runtergesetzt, Abfragewort, wurde gelöscht, Antwortbox, Text wurde auch gelöscht, das kann man jetzt hier sehen, da steht nichts mehr, und jetzt ist er in diese Wildschleife reingegangen, und dann hat er eine Zufallszahl gesucht, hat er dann irgendeine Zahl gefunden, ich weiß jetzt nicht welche Zahl, irgendeine Zahl, und dann IF-K-Gleich 0, ja, hier wurde ja K-Gleich um 1 runtergesetzt, das heißt, das war ja das letzte Wort, da wurde das runtergesetzt, und ja, dann ist dieses Dialogwelt aufgegangen, wir sehen hier Dialogwelt, ja, nein, wenn ich jetzt ja klicke, dann kommt der raus, und wenn ich nein klicke, kommt der auch raus, und wir sind draußen, also das Ganze funktioniert, ne, ja, wir müssen jetzt hier den Code implementieren, was soll passieren, wenn der Anwend auf ja klickt, und was soll passieren, wenn der Anwend auf nein klickt, und schauen wir uns den ersten Fall an, wenn der Anwender auf ja klickt, also wenn in dem Dialogwelt steht, wollen sie eine neue Sprache wählen, der Anwender klickt auf ja, dann müssen diese Buttons hier wieder ausgeblendet werden, Frage Textbox muss leer sein, und das muss dann auch wieder ausgeblendet werden, Wahlkombo muss dann wieder eingeblendet werden, damit man die neue Sprache wählen kann, also, weiter Button, enabled, false, Wahlkombo, enabled, pro, und der Zähler, wir haben ja immer gezählt, wie viele Wörter richtig waren, der Zähler muss hier wieder auf Null gesetzt werden, ja, und dann return, da sind wir auch hiermit fertig, wir sind nicht ganz fertig, denn wenn wir hier gucken, Abfrage Wort und Wörter, die sind ja global, das heißt, in Abfrage Wort wird es keine Wörter mehr geben, und es kann aber auch sein, dass es da noch Wörter gibt, wenn wir zum Beispiel später einfach Abfrage abbrechen und dann wieder neu wählen, daher werden wir jetzt das Ganze aufräumen, also, wir, der Anwender kann ja hier dann eine neue Sprache wählen, und das hier, also Wörter und Abfrage Wort, die müssen dann sozusagen einfach nochmal entleert werden, das mache ich dann auch hier, ich sage dann einfach Abfrage Wort, clear, und Wörter, clear, genau, das ist jetzt der Fall, wenn der Anwender auf ja klickt, und in diesem Fall, wenn der Anwender auf nein klickt, dann soll der Zähler erstmal wieder auf 0 gesetzt werden, also den Zähler kann man an sich, also hier Zähler gleich 0, Zähler gleich 0, taucht die zweimal auf, man kann das auch außerhalb der if-Bedingung schreiben, denn es taucht zweimal auf, wieso sollen wir das dann zweimal so stehen lassen, aber ich lasse das jetzt mal so stehen, und weiter geht es dann mit k gleich 0, und wir machen jetzt genau dasselbe, was wir in Start gemacht haben, das heißt, wir gehen jetzt in Wörter rein, schauen uns alle Paare an, mit dieser Struktur, und jetzt schreibe ich mal W, W ist einfach nur ein Name, ich hätte da auch X nehmen können, also betrachte die Paare wie in Wörter, und von diesen Paaren nehme ich mir jetzt die Schlüssel und füge sie in Abfragewort ein, Abfrage Add, hier kann man sehen, man kann hier Int und String hinzufügen, denn mein Dictionary Abfragewort hat ja hier Int und String, ja, String Value ist einfach nur der Schlüssel aus Wörter, das heißt W, und ihr könnt sehen, ich könnte auch W Value nehmen, denn wie gesagt, hier drin sind Paare, Schlüssel, Wert, Paare, ich kann den Schlüssel nehmen, oder den Wert, ich nehme jetzt hier K, und das erste ist ja eine Zahl, dann nehme ich dann einfach wieder K, und hier machen wir dann noch K++, das wird dann immer um 1 erhöht, und das Ganze müssen wir noch zu einem String umwandeln, und dann passt das Ganze, also das ist genau das, was wir hier unten, ja genau hier unten haben, das brauchen wir auch, Obergrenze Zufallswert bis jetzt K, dann soll jetzt Z einfach eine Zufallszahl sein, Wir sagen dann Fragebox, Text, Abfragewort Z, also es ist im Grunde einfach nur das Gleiche, ich hätte das auch kopieren können, aber gut. So, und ich sehe gerade, es wäre eigentlich viel besser, wenn wir hier nicht Return schreiben, denn diese Zeile taucht ja hier unten auf, Return springt ja komplett aus der Methode raus, so ich zeige das mal, ja jetzt kann man es nicht sehen, also hier ist ja die Methode, und dann sind wir hier in dieser While Schleife, und dann haben wir hier If, No und If Yes, bei If Yes springt er aus der Methode raus, weil da ja Return steht, also hier ganz offen Return, aber hier bei No, steht auch Return, das heißt er springt auch wieder aus der While Schleife raus, aber das könnte man noch viel schöner machen, die sagen einfach nur, spring nicht aus der Methode raus, spring einfach nur aus dieser While Schleife raus, und wenn man aus der Schleife raus springen will, dann kann man hier Break nehmen, dann springt er aus der While Schleife raus, also hier Methode, er geht ja immer runter, zack, 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 While, und dann springt er bei No raus, und dann führt er das aus, das heißt, dann kann ich hier, das hier einfach wegnehmen, das ist ja das gleiche wie hier, bei Break geht er dann einfach raus, und das kann dann weg, man könnte auch Return da lassen können, aber das sieht so schöner aus, So, wir können das jetzt wieder ausführen, so, Medien, so, Sie haben 0 Antworten richtig, wollen Sie eine neue Sprache wählen, hier No, wenn ich jetzt Nein klicke, dann passiert das hier, Zähler wird wieder auf 0 gesetzt, ja, wichtig ist halt, Break, er springt dann raus, Z ist dann eine neue Zufallszahl, dann nimmt er ein neues Wort aus, Abfragewort, so, nehmen wir mal No, und siehe da, da steht jetzt Regen, nochmal No, Himmel, und was passiert, wenn ich auf Ja klicke, das haben wir ja hier, ja, dann wird alles zurückgesetzt, ähm, genau, also, Weiter-Button wird dann ausgeblendet, Wahl-Kombo hier, hier sieht man ja, ist ja ausgeblendet, das wird dann eingeblendet, hier Regen, das wird dann gelöscht, und so weiter, also, ja, und siehe da, hier kann ich jetzt nicht mehr rumspielen, was soll man denn hier machen, hier kann man nichts machen, hier muss man jetzt wieder eine neue Sprache wählen, man kann auch nicht auf Start klicken, also man muss hier schon jetzt, äh, was Neues wählen, so, jetzt haben wir wieder Start, und das Ganze fängt wieder, um vorne an, so, Englisch-Deutsch, jetzt haben wir hier das englische Wort, und hier das deutsche, wenn wir wieder Nein nehmen, ja, jetzt hat er wieder Girl genommen, und jetzt hart, also es klappt. Als nächstes schauen wir uns mal diese Anzeige an, Progress Bar, und, äh, wichtig ist hier die Eigenschaft, Maximum, hier steht Maximum 100, das heißt, ja, was heißt das, also zunächst einmal, hier passiert ja noch nichts, da steht Maximum 100, aber, ähm, diese Anzeige wird ja nicht gefüllt, ich möchte, dass diese Anzeige immer um 1 gefüllt wird, das mache ich mal jetzt, äh, zuerst, dann sehen wir das Ganze auch mal in, 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 also wenn wir hier auf, äh, weiter gehen, immer wenn ich auf weiter klicke, dann soll hier, dieser Balken gefüllt werden, das mache ich dann mal, hier, Progress Bar, so heißt ja diese Anzeige, ne, hier steht auch hier oben, Progress Bar, beziehungsweise hier Eigenschaft Name, Progress Bar, ich hätte das auch Anzeige nennen können, so Progress Bar, hier gibt es dann, ja, wir sehen, da sind einige Eigenschaften und Methoden, wir nehmen jetzt Increment, da steht, ähm, erhöht die aktuelle Position der Status Anzeige, um den angegebenen Betrag, und hier Übergabe Parameter ist ein Int Value, ich sage ihm jetzt 1, er geht immer um 1 nach vorne, ähm, ja, lassen wir das mal, so, so, wenn ich jetzt auch weiter klicke, dann werden wir hier eine Einheit sehen, also, einfach ein Schritt nach vorne, ne, und wir sehen, das ist minimal, noch ein Schritt, noch ein Schritt, so, nein, das wird, also, wenn man auch, wenn man in diesem Dialogfeld auf Ja oder Nein klickt, dann muss das natürlich zurückgesetzt werden, aber schauen wir mal, was passiert ist, wir haben jetzt 10 Wörter abgefragt, und jetzt haben wir nur das hier voll bekommen, das liegt, wie gesagt, daran, hier steht ja Maximum 100, das heißt, hier sind 100 Einheiten, und das ist jetzt ein Zehntel davon, das heißt, wenn ich noch 10 Mal hier diese Abfrage mache, dann komme ich auf die 100, was müssen wir also machen, wir müssen hier Maximum so setzen, dass das immer voll wird, egal, wie viele Vokabeln wir abfragen, das heißt, Maximum wird von der Größe abhängen, und zwar der Größe der Textdatei, die wir da haben. Gut, wo haben wir unsere Textdatei nochmal erstellt, beziehungsweise wo haben wir das erste Mal diese Datei-Operation gesehen, das war ja bei Start, also wir haben da jetzt keine Textdatei erstellt, aber wir haben da mit einer Textdatei gearbeitet, genau, hier, File, Read all lines, und das wurde dann, also hier wurde dann eine Textdatei, zeilenweise gelesen, und jede Zeile wurde dann in ein String-Array gepackt, Datei, jetzt weiß ich ja, in Datei sind alle Wörter, also die Deutschen und die Englischen, und hier werden aber nur die Englischen, beziehungsweise nur die Deutschen gefragt, also nur von einer Sprache, dann könnte ich ja hier sagen, das Maximum, Progress Bar Maximum, soll jetzt sein, Datei, Länge, hier sind jetzt alle Wörter drin, die Deutschen und die Englischen, und ich sage ihm einfach nur, nimm die Hälfte, also die eine Sprache wird dann komplett ignoriert, dann haben wir halt genau die Anzahl der einen Sprache, und genau das habe ich ja hier, denn hier wird ja nur eine Sprache abgefragt, also Wörter aus nur einer Sprache, wenn ich also jetzt 20 Vokabeln habe, dann ist hier Maximum, also wenn ich 20 Vokabeln habe, dann ist hier Maximum 20, das werden dann 20 Wörter abgefragt, und 20 Vokabeln, das heißt, wir haben dann also 10 mal Englisch, und dann 10 mal Deutsch, mit Vokabeln meine ich jetzt das Paar, 20 Vokabeln, also Englisch, Deutsch, wie gesagt, dann passt das hier mit der Anzeige, wir schauen uns das mal an, also wir haben 10 Vokabeln, hier in Englisch allgemein, so weiter, und wir können sehen, das wird schön gefüllt, so, das ist das letzte Wort, und das wird da gefüllt, ja, wenn man jetzt auf Ja oder Nein klickt, muss das natürlich zurückgesetzt werden, das machen wir auch noch, ich will aber nochmal zeigen, was passiert, wenn da nur, wenn da jetzt wenige Wörter drinstehen, öffnen wir mal hier wieder diese Textdatei, jetzt nehmen wir mal diese Vokabeln raus, dann haben wir ja hier vier, beziehungsweise zwei Paare, und ein Block, Schule, und School, und wir speichern das Ganze, und gucken dann, was passiert, die Größe, also Maximum von diesem Balken, ist dann Datei Länge durch zwei, also zwei, so, wenn ich jetzt auf Weiter, also hier wird jetzt runter abgefragt, und dann Schule, nur weiter, dann wird dieser Balken voll, eine Einheit, und jetzt die letzte, und siehe da, da steht jetzt zwei, so, das Ganze kann ich nochmal vortführen, wenn wir nur drei haben, so, Hund, Schule, Auto, ne, eins, zwei, drei, passt, so, ja, wenn alle Wörter abgefragt wurden, dann kommt ja das Dialogfeld, da steht dann, wollen sie weiter, wollen sie in der neuen Sprache, ja, nein, und in beiden Fällen möchte ich dann, das hier zurücksetzen, das mache ich jetzt auch mal ganz schnell, also hier Weiter Button, dann haben wir hier, ne, Dialogsout, yes, da sage ich ihm dann einfach, Progress Bar, Increment, wir sagen ihm dann einfach, ihr höre, also wir können ihm ja ein Int Value geben, Int, kann ja auch negative, also kann ja auch negativ sein, da sage ich ihm dann einfach, also es ist so, dieser Balken ist ja komplett voll, dieser Balken ist komplett voll, dann sage ich ihm einfach, okay, gehe jetzt um, ähm, gehe jetzt komplett zurück, aber dann muss ich ja wissen, wie viel, welche Größe habe ich denn hier, naja, wenn es voll ist, dann ist es ja Maximum, also sage ich ihm jetzt einfach, Minus Progress Bar Maximum, und das gleiche mache ich auch hier, wir führen das mal aus, so jetzt kommt das letzte Wort, Balken ist voll, wollen Sie in der neuen Sprache wählen, nein, zack, Balken ist wieder leer, wollen Sie in der neuen Sprache wählen, ja, zack, Balken ist wieder leer, genau so muss das funktionieren, und ja, jetzt kann ich hier weiterarbeiten, wir gucken jetzt, was noch fehlt, also wir haben jetzt das meiste gemacht, jetzt fehlt nur noch hier, dieser Button, Abfrage abbrechen, ähm, wenn wir also hier bei der Abfrage sind, dann soll hier, also gucken wir mal, ich weiß gar nicht, ob ich noch was gemacht habe, also das ist ja ausgeblendet, wenn wir dann was wählen, dann ist das ja immer noch ausgeblendet, und hier soll das eingeblendet sein, damit ich das Ganze hier abbreche, das heißt, nach dem Start, soll das eingeblendet werden, wir gehen jetzt hier unten auf Start, und wir machen das einfach sofort hier, Abbruchbutton enabled to, so, ihr habt es gesehen, das ist jetzt hier eingeblendet, und ja, jetzt kann man da draufklicken, aber da passiert noch nichts, ähm, mir fällt da gerade was auf, wenn wir jetzt hier, das hier machen, dann wird das ja eingeblendet, aber was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auf Abbrechen klicke, ich mach das mal, wir sehen, das ist immer noch eingeblendet, und, ja, das ist jetzt irgendwie ausgeblendet, und hier steht nur noch Start, vielleicht will ich ja, also wenn ich das hier öffne, wenn das hier geöffnet wird, vielleicht will ich ja, nicht diese Einstellung haben, dann kann es ja vorkommen, dass ich dann hier Abbrechen klicke, und dann möchte ich hier wechseln, aber das steht hier, ja, das muss eingeblendet werden, das muss ich auch noch ändern, das ist jetzt bei Startbutton, wenn Startbutton aufgeht, wenn man da draufklickt, dann geht ja ein Dialog, das ist Open File Dialog auf, und dann kann man da OK klicken, also IF, und ja, weiter steht da nicht, da steht einfach nur, wenn auf OK geklickt wird, dann tut das alles, aber was passiert, wenn nicht auf OK geklickt wird, das muss ich hier auch noch mal kurz reinschreiben, das ist aber nicht viel, also was soll da schon passieren, ich sag ihm dann einfach, ja, mach Wahlkombo wieder, mach also, das soll wieder True sein, Enable True, und Abbruchbutton sollte dann wieder False sein, so, gucken wir mal, Start, so, jetzt sag ich, Deutsch, Englisch wollte ich doch nicht, dann Abbrechen, zack, das ist jetzt wieder ausgeblendet, und ich kann hier wieder wechseln, ne, also nochmal, Abfrageabbrechen ist jetzt eingeblendet, und wenn ich hier auf Abbrechen klicke, dann wird das wieder ausgeblendet, und ich kann wieder neu wählen, und, ja, kommen wir jetzt zu der, zu diesem Button an sich, und da klicken wir jetzt zweimal drauf, Ja, was soll hier passieren, es muss alles zurückgesetzt werden, das heißt, wenn ich jetzt mitten in der, in einer Abfrage bin, dann, klick ich hier auf Abfrageabbrechen, dann, muss das hier, und das hier, und das hier, also alles muss irgendwie wieder, zurückgesetzt werden, also, diese Sachen müssen dann eingeblendet, ausgeblendet werden, und, die Anzeige hier, diese Anzeigeballe muss wieder, auf Null gesetzt werden, und, noch was, die Wörter selbst, also, die ich da gewählt habe hier, also, wenn ich jetzt Deutsch-Englisch habe, und dann, habe ich hier das deutsche Wort, und dann klicken wir auf Abfrageabbrechen, dann kann ich hier alles neu wählen, diese Wörter selbst, die gespeichert wurden, die Schlüssel, und alles weitere, die müssen wir dann auch wieder löschen, Abfragewort, Clear, Wörter, Clear, so, Weiter, Button, Enabled, False, auf Weiter soll man nicht mehr draufklicken können, Wahlkombo, soll wieder 3 sein, damit wir, was Neues wählen können, und, Antwortbox, Die Eingabe soll da auch ausgeblendet werden, also, wenn man da die Antwort angeht, Frage, Text, Fragebox, Text, soll dann gelöscht werden, dann, soll der Zähler, auf Null gesetzt werden, und, Progressbar, Increment, wieder zurückgesetzt, genau, schauen wir uns das an, so, jetzt klicke ich auf Abbrechen, so, das ist jetzt zurück, auf Weiter kann ich nicht mehr klicken, ja, hier ist jetzt auch alles gelöscht, hier kann ich auch nicht mehr draufklicken, und hier muss ich jetzt wählen, hier muss ich jetzt wählen, und, ähm, ja, wir müssen jetzt alles, soweit haben, so, Sie haben nur noch in Ordnung, wollen Sie hier an die neue Sprache wählen, wenn ich auf Nein klicke, dann soll Abfrageabbrechen immer noch stehen, da ich nichts gemacht, geschrieben habe, hier im Nein, dann, ja, da wird dann auch nichts passieren, also, wichtig, die Frage ist also, was passiert, wenn man auf Ja klickt, ja, das sollte dann auch weg, also, das sollte ausgeblendet werden, das schreibe ich jetzt auch kurz da rein, wollen Sie an die neue Sprache wählen, ja, alles wurde jetzt zurückgesetzt, jetzt kann ich was Neues wählen, wir sind im Grunde fertig, wir haben alles gemacht, jetzt werde ich noch einige Feinheiten machen, und zwar, wir haben ja ganz am Anfang im Video gesehen, dass hier oben immer die entsprechende Sprache stand, also, wenn man hier Deutsch, Englisch gewählt hat, dann stand hier über diese, über diesen Textbox Deutsch, Deutsch, und dann hier Englisch, und das will ich jetzt auch noch machen, und ich möchte auch jetzt weitere Sprachen hinzuholen, also Spanisch, Italienisch und so weiter, das zeige ich jetzt auch, ich denke, ich fange jetzt einfach sofort damit an, ich gehe jetzt hier einfach rein, Einträge bearbeiten, und dann schreibe ich hier rein, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Spanisch, Deutsch, so, ist alles richtig geschrieben, okay, jetzt gehen wir zurück, und, weiter warten brauchen wir jetzt nicht, Start-Button, hier haben wir ja abgefragt, ob Deutsch, Englisch oder Englisch-Deutsch gewählt wurde, und zwar hier, Deutsch, Englisch, umgekehrt, Englisch-Deutsch, das heißt, hier frage ich ihn jetzt einfach, ist es auch, also, oder, ist es Deutsch, Englisch, oder, ist es Deutsch, Spanisch, also, ihr könnt sehen, so kann man einfach eine neue Sprache da mit reinnehmen, in Möglichkeit nehmen wir da keine neue Sprache auf, das ist einfach nur so für den Anwender, ich meine, die Funktionalität hier ist ja dieselbe jetzt, ob ich jetzt Deutsch, Englisch habe, oder Deutsch, Spanisch, hier, das Programm nimmt einfach nur die Wörter aus einer Textdatei, was ich, also meine einzige Aufgabe ist einfach nur, die richtige Textdatei zu wählen, so, und ja, das war's schon, so, jetzt kann ich hier Deutsch, Spanisch wählen, Start, ich muss, also, ich sollte hier jetzt eine Textdatei nehmen, wo spanische Wörter drin sind, das Ganze würde natürlich auch funktionieren, wenn man Englisch nimmt, aber, wie gesagt, ich werde in einem zweiten Video das alles ohne so einen Open File Dialog machen, das wird dann automatisch geschehen, das Gute hier ist jetzt, hier hat man mehr Flexibilität, also, wenn ich jetzt mehrere Textdateien habe, wo mehrere englische Wörter sind, also, so wie hier Englisch Allgemein, Englisch Essen, Englisch Sport, dann kann ich die hier selbst wählen, natürlich kann ich auch die andere Sprache wählen, aber so sollte es ja nicht sein, als Anwender wird man schon das Richtige nehmen, denn man will ja auch mit dem Programm vernünftig arbeiten, und ich kann Spanisch Essen nehmen, Spanisch Allgemein, so, da steht jetzt Deutsch, Spanisch, Nummer, und, ja, das geht dann ganz so weiter, ja, ich breche, ich frage abbrechen, jetzt nehmen wir mal Spanisch, Deutsch, so, Numero, Mesa, und so weiter, ihr habt gesehen, es ist ziemlich einfach, da eine neue Sprache zu holen, beziehungsweise, eigentlich haben wir nur das geändert, und das war relativ einfach, ja, was fehlt denn noch, ja, genau, diese Anzeige hier oben, dazu brauche ich zwei Labels, Label, genau, hier, und, und, die Größe, kann man jetzt auch schon mal einstellen, machen wir mal 14, ja, 14 passt, und Text, ja, da soll nichts stehen, also, man sieht das jetzt nicht, aber, wenn man hier jetzt, dem Lassor kommt, dann kann man das noch finden, das Ganze kopiere ich, und, füge das dann auch hier hinzu, also, wir haben jetzt zwei Labels, hier oben, das nenne ich mal jetzt, Label, 1, oder L1, ja, L1, ist besser, L2, genau, und, wenn wir jetzt zurückgehen, bei, Startbutton, ganz am Anfang, es ist ja so, man wählt hier was aus, und dann klickt man auf Startbutton, und, wenn hier was ausgewählt wurde, dann soll hier auch sofort die Sprache stehen, also, Deutsch, Englisch, oder eigentlich Deutsch, Da mache ich jetzt einfach nur ein, ein, ja, eine Switchabfrage, Switch, Wahlkombo, Text, soll dann abgefragt werden, der erste Fall ist jetzt, Deutsch, Englisch, da soll dann L1, schauen wir dann so untereinander, L1, Text, Deutsch, Sein, und L2, Text, Englisch, und Break, nichts vergessen, so, dann haben wir noch, Englisch, Deutsch, und Deutsch, Spanisch, so, jetzt haben wir alles, wir führen das mal aus, so, wenn ich jetzt hier was wähle, dann wird noch nichts angezeigt, denn, wir müssen ja erstmal auf Start klicken, und hier Startbutton, dann wird das ausgeführt, Start, und wir können jetzt schon sehen, oben steht Deutsch, Englisch, es wurde Deutsch, Englisch gewählt, also, wenn ich jetzt wieder abbrechen klicke, dann steht da immer noch Deutsch, Englisch, hier Deutsch, Englisch, und jetzt nehmen wir mal Spanisch, Deutsch, Start, und jetzt nehmen wir Spanisch, Deutsch, also hier steht jetzt das Spanische Wort, und hier soll das Deutsche Wort stehen, das ist so ein bisschen verschoben, ja, ich lasse das jetzt so, also, man kann das natürlich noch insgesamt schöner machen, also, die Oberfläche sieht ja jetzt auch nicht so, ja, also, es funktioniert, das zählt ja, und wie gesagt, man kann hier jetzt weitere Sprachen hinzufügen, man kann eine, man muss dann eine entsprechende Textdatei erstellen, also bei Deutsch, Spanisch haben wir jetzt Spanisch, aber wenn ich jetzt Deutsch, Russisch nehmen würde, dann müsste ich hier halt Deutsch, Russisch nehmen, oder ich nehme mir einfach eine Textdatei, und schreibe jetzt Englisch Vokabeln, ja, also wenn man jetzt einen Vokabeltest hat, dann kann man sinnvollerweise auch diese da reinschreiben, und damit üben, eigentlich sollte das eher so für einen Vokabeltest dienen, das ganze Programm, ja, gut, dann kommen wir mal zurück, ja, das ist so für ein bisschen.